um hallo mit freundlich und konzentrieren video auf diesem kanal und heute zeigt mir mal wieder eine neue fortwerten also auf jeden Fall Leute wir machen jetzt heute jetzt einfach mal eine Solo-Runde und wir dance erst Leute ich weiß ich weiß nicht ich habe mir das glauben könnte aber ich kann diesen tanz auch wirklichen real life Wiggle kann ich auch also das ist der jetzt gerade neu im shop ist hier den kann ich auch neu auf jeden Fall Leute heute spielen jetzt haben wir schon tausend mal gesagt ja ich raste Leute nicht uns ich schreibe auch nie ins Headset willst du mich etwas Schochmann von Standard Dance machen so wohin gehen wir ich glaube erst mal tötet Leute die Leute ich verbessere mich so in dem ich erwarten Hallo Leute ich für das Land vielleicht sogar Martin Martin ich mache gerade eine Aufnahme okay du kannst aber bitte keinen scheiß zu reden ich war eine Aufnahme und ich mache jetzt solche Videos wo ich schneiden werde alles ja ja mit ShareFactory das ist so eine App auf der Playstation das ist alles ganz normal also Leute auf jeden Fall Martin Ghostboy ist beigetreten hast du einen YouTube Kanal ach da war eine Wand offen so Martin willst du mitmachen so Leute weil ich viel mehr heute hat du eh warum macht das überhaupt so ein Spaß aus Spaß weil es mir Spaß macht mir macht es auch also vielleicht macht es auch den anderen Spaß weil es zu suchen wie ich verkalkt und ausraste wie manche so stammt aber gestern einfach den ethischen sieb alter also weißt du wer man eigentlich will willst du wissen wer eigentlich meine äh ich habe zwei Vorbilder also Vorbild ich meine dass ich dieses Vorbilder das ist doch eingestellt dass man dich hat ja ne die Vorbilder die zwei sind für mich die Vorbilder also ich meine das ist diesen Vorbilder hast du auch eingestellt dass man dich hat ja ne die hat nämlich auch keine Ahnung dann hat nämlich es gehört keine ahnung was soll ich gesagt auch so seine stimme geteilt wird immer zu lassen okay gut weil kummer standards kill also jetzt nicht vom vortrag zocken ist er ist für mich ein vorbild sondern allgemein der ist also der ist irgendwie voll schädigte er guck mal was er sich leisten kann ich das kann ich nicht jeder leisten denn er macht er macht halt gut er macht halt einen guten job er macht das richtig viele youtube-videos das gefällt mir wie er die macht und ich finde das ein richtig guter vortrag spieler und der crime ist genau dasselbe kummer der hat rolex geholt amg wie geht es nicht um das geld oder sowas eigentlich komme ich man merkt doch dass ich die noch voll spaß macht deswegen diesen für mich richtig richtig vorbilder weil ich will uns hat sich ja keine ahnung seit zwei drei wochen wie welches haus betreuen wurden mit geteilt aber beim fahrt wie das einer gelandet ich habe ja ein paar Waffe ich habe so ein bisschen können was du kannst was ab am tschüss auch steiggedämmte durchfallwaffeln wochen mit einem schild stein der revolver heute hier wenn ich also dass er um die schulden waschen die garst du Moloog wir müssen auf kilt gehen und bessere nutzenden mit er kommt mal her martin ich wurde gerade angeschossen ich wollte ich hatte sie angeschossen ja 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 dann spiele ich an ich bin ja auch auf auf wie heißt es baumeister pro und ich habe es mal versucht aber es ist für mich gewöhnt dich dran das ist viel das ist viel geiler für die leute die sich ich brauche mit baumeister pro in frau nach sturmgewerbe zielfernrohr ja ich habe schon gesehen das ist so wie im black ops 3 du kannst die gegner so richtig hardcore sehen die sind dann so ich weiß markiert martin ja ich werde natürlich alle mal warte sagt was vibriert nieder whatsapp nachrichten mein gott wer schätzt auch wieder denn hin ich habe sicher schon wieder verloren aber für die Leute die sich wieder nicht wissen ich will immer mal ergeben aus ich bin ja ich bin ja einfach fast jeden Tag mein scheiß Handy aus ein Mann habe ich das verloren kann alle konnte mein Schwerpunkt so weit schüttelt mit und die immerhin die nun gehen wir auch immer das schon so ich habe ein nur zufällig markierte Begräu wird das steht leider verrägt mir schon zu oft immer ja aber Kratz ist immer gewohnt gewohnt als immer der Leute ich habe ich habe ein Video hochgeladen auf meinen Kanal mit diesem Elf Kills habe ich habe es ich habe ein Video gemacht du musst es dir angucken ok und du hast nicht geladen wie kannst du nur und du hast nicht geladen wie kannst du nur doch ich hab geliked aber es ist wenn ich immer like später das like weg geht, keine Ahnung warum ich sag die like wenn man einen leistin nimmt, dann geht man schon mal weg also gucken an, wenn man hier reicht, dann sagt man kein like mehr an ich glaub das geht nur bei like, finde ich so es geht mir keine raus ganz immer in der Nähe ich bin im Villa ja ich hasse dieses Haus neben aber diese Garage bleibe ich um die stecken aber ich habe eine Dingens äh blaue Schroflinte der Schroflinte hat doch eine Abkürzung gell episch ist gar oh yeah oh der kennt sich das kann man hier rasieren ey weder die grüne Schall die weder die grüne Schall gedämmte Durchfallwaffe alter ganz im Ernst ich brauch die nicht ich hab's gar ein Jacke weil ich kann richtig gut mit Lausch äh blaue Schroflinte äh Schroflinte äh Schroflinte äh Schroflinte äh Schroflinte äh Schroflinte von Granaten Schildger spielt den Zoll 2 4 Spiegel bei Meisterbrot Böbel wird ich versuchten Hälter Kraft ich sag was er hätte und verabschiedet bis zu oben hochwert mit dem Aktiviert wo 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 ich 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 hatte ich wo du meinst aber die gebraucht haben auch die Geräte der Wetter das Pushen oder ich habe 86er hilfsverpackung warum hat er meine ist nicht geworden die will mich haben siehst du das ich habe 86er hilfsverpackung das war ein paar beide waren das alle weil ich nur kurz die verbände für dich ja es war nur eine die blick das hinter mir noch eine war erstmals gesagt hast du nicht gestorben ich habe ich habe selber es nicht kraft und wurde schlussgaben da habe ich gedacht er kann das von hinten kommen ich habe ein verband für dich aber ich weiß ich guck mal kurz ich guck mal kurz ob da noch welche lagen ich weiß es bin mir gar nicht sicher ich habe nicht mehr was er hat sich ganz gut gehalten hat er doch einmal 6 8 er wird verfolgt also nehrt da war es doch nichts mehr okay ich hab diese zwei leute geholt die und die zu beurte und dann ist es ja noch mal was nehrt du gehst zuerst wer sich hier hin gut dabei daher wo ich jetzt die Gruppe und ich gehe hier rein mit dem Haus in die Geschäfte okay ich hab richtig großes Haus und noch ein schlürt oh komm guck mal vielleicht finden wir noch ein Jumping bitte ja weil ich hab die Jumping findet man hier voll oft aber bei mir ist der chest ey wenn ich auch fuck da war die Muni Kiste hab ich erst jetzt gesehen ja fuck nehm doch die scheiße Muni nehm doch die scheiße Muni chill mal ich lud noch kurz oben und dann laufen wir direkt los okay bitte ist ein Jumping ach nein nein oh Muni ist die zone schon nah nein ich werde aber jetzt schon weil ich will nicht sterben ich hab einfach nur episches da die blaue jetzt ist äh tatsächlich da und dann hat kommen ja ich nehme auch ich nehme auch äh hab äh äh warte ich hier ist die letzte chest hier ist die chest hier ist die chest ja mach ich hier schon mal vor so ich komme ich komme hier lag nichts ich gehe noch zu der Tankstelle bitte ist der Jumping bitte weil da habe ich halt meine Faktoren ist so nah naja geht schon geht geht blammer ja dicker kommt bitte 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 oha oh bitte bitte Jumping er kommt da kommt aber Jumping raus oder vielleicht ich weiß nicht ich weiß wo kommt es äh ich kann mich grad nicht ja ich kann ich kann mich grad nicht erinnern ich weiß da gibt äh der ding ins bounce pad und und nein aber ich hab verbände was ich dritte schätzt war wenig kann ich hier noch ein bick geschehen nehmen und dran nein ich bin ich schließt kann ich nehmen ja aber kein bisschen egal jemand hat einen Jumping platziert ich brauche mich da hoch echt jetzt ja vor uns wird hoch gebaut glaube ich das sieht man ja nein da ist kein Jumping ja doch vor mir zieht es ja aber da ist ja keine gerade oh doch guck also auch bitte 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 wenn wir Lack haben wenn wir Lack haben können wir da hingehen warte ja ich bau ich so hoch hast du genug Material falls nicht ich kann mich auch noch ein bisschen bauen ich hab ja ja ok doch 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 wir könnten wir könnten es doch schon schaffen wir könnten es doch schaffen ich hasse das dass wir kein dings haben das nicht mit 100 holz wird dann hätte ich es schon geschafft ja ja die mussten ja unbedingt wieder so richtig alles runtersetzen ja und ich kapiere nicht warum ey ich weiß jetzt nicht um uns gegen abknall ne ich glaub nicht hin das liegen wir auf den bergern das ist na das ist ich raus schmeiße scheiß drauf warte das die gegnerische ja und ja und ja kein Schaden bekommen also das kriegt man gar nicht ok ey 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 weil irgendwer hat mir glaub erzählt dass man da Schaden bekommt nein ich hab grad keinen bekommen ok soviel habt ihr haben jetzt auch nicht verloren aber betätet sich welche noch echt jetzt sie kommt mir ja die Grenzen da glaube ich hatte er kriegt mit ok 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 ich hab nicht die Bekommel ich hab nicht die Bekommel ich hab nicht die Bekommel ich hab das Gefühl ich hab's erstattung ist das Kassel hieß und guckern die ich habe ich habe Schaden bekommen Fick dich ich habe ein Gerstchen ich habe ein Gerstchen Warten, ich kann noch was Sag Hatte, hatte Dingens Hier, du kriegst die Blöde Du kriegst schlürfen hier Ich geh mit Verbände Aber du ja kein Buch Ein, noch was Da liegt ein Handkirch, ich hab die ethische Smartphone Hier ist der schwere Spruch, Schrotflitte, weil schon das ist ja die stärkste Ich hab die Hüste So mal solche Einkaufswagen nehmen wir schneller hinzukommen Ich hab die Hüste Ich hab die Hüste Ich hab die Hüste Nein, ich hab noch und Ich hab noch vier, die, um raus, muss man Abend die Gegend Ich hab noch zu lang Ich hab noch Ich hab noch auf den Schiff Wegstück, und ich hab noch Martin kommt Er bleibt manchmal vor den Bäumen, ah egal, fangen wir einfach auf ihn zu finden, dann hat er die Starkolz-Bäume ab wie soll. Soll ich geradeaus? Kannst du gleich bauen? Kannst du gleich bauen? Wohin auf den Berg? Geradeaus hier auf dem Berg. Es ist schwierig sein, weil ich kann nicht ... Alles kann was du vorfassen. Nein! Ach, was? Was läuft auf den Scheiß? wir haben fast nur material ich auch noch es nur noch umgezahlt und die scheiße wir einigsten mit einig ich bin fast ein ja ich habe erst mal drüber nach das ist der freunde welche ich dachte er ist auf dich konzentriert da kommt der nächste omega wichser da wird aber auch abgeschossen kann sich irgendwie hoch und unten der zerstört alles das zerstört alles was hat was hat bau bau kann schafft es irgendwie zur treppe zu mir zu kommen ich habe ich kurz müssen weil ich habe richtig wenig stehen außer kommt das von berg runter ja okay ich bin nicht sagen dann die kommt die kommt es ist nur einer an die zwei schauen wenn du stirbst ich hatte mich gebrochen keine ahnung ich war unter der dinge oder da hat man ein paar kopf ich wurde geschnallt ich dachte ich dachte der hat auf dich gezielt der eine da der umgekehr ich dachte dass ich gezielt ich dachte ich habe gerade auf ich habe irgendwo hingeschossen das neid auf einmal bist du so her hässler war für patch v 44 ab 8 uhr morgen morgen kommt morgen heißt neue modus raus und ja glaub ich das was an die mal gesagt hat kann steht weg die kommt raus ja zu glück dann kommt jetzt nicht mal die waffe auch in dem modus auch schützt sich mal raus aber es wird eine goldene sein ich glaube die blaue geht raus und die beiden ich wette dass die waffe entweder blau und sie da sind und und gold und gold und er geht das ist auch beim einkaufswagen so gewesen 6 dies der sitz gold oder was heute natürlich nicht ich glaube ich glaube ich glaube die glückszone ja mit der Warnbissen ist er dann angeboten und die beträgt herauf und es steht hier auf schriftlich verschieft diesjahr in der Nähe verkürtet was ein ziemlich schichtliche ja das ist ja das ist eine das schiebt anfangs waren die ganze Zeit und auf einmal waren die zweite Platz bei einer hat und dann hat der Verfolgungsfeld auf einmal liegt so unter in der Luft also bis zum Beispiel dass wir eine Waffe da lassen das ist nur eine Schöpfung diese ich habe nur eine Schöpfung hier ist wieder keine Waffen und das regt mich so auf ich brauche eine Waffe das und die mir Muni zwei Stück vor sich gegner bei mir bei mir Leute, komm nein da, 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 komm nein genau das ist so ein Noob ähm, what the fuck, euer Aim du kannst ihn so easy holen der ist so schlecht so schlecht trotzdem holt er mich finish ihn so dieser Wixal der zu verdient alter abwesend die lieber hoch, sonst hat er geht da sonst hat er gegner geplant außer wenn er der konnte konnte kommt hol ihn doch er wird so lang suchen das dauert dann zu lang mit die die versellschaft er Lackschüsse und da trifft kein und hat er keinen und materiellen das Granaten an so vieles geht warum krieg ich nur eine Notion und es ist aber keine Heilung was ist denn jetzt Lass sofort mal und und als er ernst noch ein wo ist jetzt noch doch wusste der es ist jetzt das was ein kollegen ein schönes abgehauen das war ganz sicher umgegangen erweckte mir dachte ich bin abgehauen nein ich werde oder kämpfen der port of ford ja der hat er hat sich davon zu ich habe vorhin gehört der hat das zugebaut das meinte ich wurde vorhin gelaufen ist hat der das zugebaut aber wo ist die laufung der beurte ich glaube zu den bänden der interessiert ist es ganz ernst typisch es kann nicht sein dass er jetzt keine ahnung auf einmal kämpfer da unten ja und holt dich aber hier komm sprich einfach von weg wir machen eine neue runde wenn da unten keine heimung Köln Köln Kölnstich weiter wenn ich noch etwas was wird kein Spaß ich hätte ich gehe jetzt aus solchen und was ist es wenn er um die heißt es sich keine Ahnung Leben wenn man Leben gesehen hätte Monsort auf einmal zieht sich die Habe für eine Kiste und auf einmal kommt die Schachtschmerz alles ob ich dir so zu tun eine Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Sund zu das bin ich hätte ich bin ich bin immer wenn ich keine halbaut sind mit einem baukund ist gar nicht das ist immer so noch mehr stein nicht die Stiftung du schaffst die Säule die Zündung schafft es nicht Hallo vor der Schilder Fluss ich muss doch immer so scheiße verrecken alter ich wollte es wirklich schon hoch die Zündung 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 was dann ist eine nein das als ob du das nicht kennst alter schädlich jeder youtuber hat es weiß sagt es z z z wo landen wir und auch ungelootet scheißegal gegner landen zu scheißegal ja lecker war z z z z also ich bin die Pumpe kein bock jetzt wieder heute gesnappt zu werden von hier wie vorhin alterne postverbände ich habe fünf und hat schießt die put auf uns ne da voll wird gefeiert ein schatt hat sie kassiert die wir besten leute zu tun mit dem also du brauchst leicht getrunken und hat den Weg mit dem zu tun ja die Hilder die Tür muss auf stunden nicht über 100 mit uns und da hat es gebaut ist alle kommen wir hier brauchen der hier war wirklich keiner kommt er ist verfolgt die sie verfolgt nicht jetzt hat sie ich will die sniper haben du kriegst an die schroth sind okay ja ich habe eine goldene Skies von ihr ich hieb ich hieb ich kurz ich bin ich hier kriegst mich die Schilder in der Verbande in zwei Verbande ihr kriegst mich die dann hast du auch 500 Leben ja wenn der Heilung ist kriegst du ja ein Ding entschuldige nimm dir halt du hast weniger Leben aber hast du mein mini Schilder aufgehoben ja dann tränke ich dir meinen die Schilder der er wollte ich so aus tricksen ich bin hast du noch ging ich habe ich habe 23 hier hatte die reichen noch oder gibt mir trotzdem jetzt habe ich mir so wo haben wir haben die geschnitten halbzimmer er geschossen was ist die bester vor uns die die steht einfach auf der Straße und ich war es gut für die märz die jahre Martin wo ist die auf der Straße aber ich weiß nicht ob da welche sind noch und ist wieder raus bei vorkommen es ist der Gegner da oben aber dann weiß ich als er die auf die Straße jetzt ist darüber in der ein hatten 3 die Kürze und Du hast sie aber gesehen, oder? Kein bock gesniped zu werden den ganzen Hab ich gerade zu C4 gehört? Ja, da ist der Panda! Ich hab gerade ein Panda gesehen, ich kann es schwören! Da! Er guckt raus! Bei was, bei wo? Da! Da! Pushen? Digger, was ist heute dein Endo? Digger, du musstest das Video angucken! Das sind 5 Kids einfach! Digger! Da! Alle, ich brauche, heilung! Hier liegen wieder fünf Verbände! Hier liegen wieder Verbände! Ich bin da! Hey! Hey! Hinter uns! Das ist fertig mit dem Einkaufsordnung! Nein, ne, man muss dich falsch gegen die haben, ne? Ey, wo ist der andere? Okay, Leute, ich finde, das war's jetzt mit der Aufnahme. Das ging schon ziemlich lang. Also, ciao, haut rein. Martin, willst du noch jemanden grüßen? Tschüss, nein. Ja, okay, dann nötig. Okay, ciao. Okay, Leute, das war's mir in diesem Video. Bitte ein Abo da lassen, ein Like da lassen und bitte nicht vergessen zu kommentieren.